Hallo, mein Name ist Irina Jaschema und ich bin die erste Kapellmeisterin an der Komischen Oper Berlin. Ich freue mich, Ihnen ein paar Besonderheiten aus unserer aktuellen Konzertsaison vorzustellen. Unser Sinfoniekonzert Eb und Flut steht ganz im Zeichen des Barocks. Zum ersten Mal an der Komischen Oper Berlin zu erleben ist die fantastische Violinistin Nadja Zwiener, die mit ihrem Instrument auch das Orchester leiten wird. Es erwartet Sie ein unglaublich farbenreiches Barockprogramm, was von stürmischen Tänzen und Harlekinaden über ausgelassene Bootspartys, aber auch empfindsame und innige Kammermusikstücke bis hin zur prächtigen dritten Orchestersuite mit Pauken und Trompeten von Johann Sebastian Bach führt. Dieses Werk entstand vor genau 300 Jahren und erhält eins der vielleicht bekanntesten Stücke der Klassik, die berühmte R. Mit dabei ist auch die Cembalistin Elina Allbach. Sie beide sind herausragende Spezialistinnen für alte Musik, auf die wir uns ganz besonders freuen. Werke von Telemann, Händel, Bach und Corelli stehen auf dem Programm und in allen werden Sie die Frage stellen, wie musizieren wir eigentlich zusammen? Sie und die MusikerInnen werden mit musikalischen und großen Barockbesetzungen experimentieren und vor allem für viel Ebbe und Flutsorgen am 9. Dezember in der Komischen Oper Berlin.